Der Klaasen und Jeffrey De Graaf, keine Überraschung. Der Klaasen, das ist natürlich auch bei den Wettanbietern der Favorit in dieser Mensch, der Führer ist hier bei dieser WM. Und Elbier, Jeffrey De Graaf, ist ein interessanter junger Spieler aus dem Niederlanden. Hat wie ich für hier einen schönen Wurf und ist nicht zu unterschätzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020